Schau mal hier, Konstanze. In dem Raum würden sich Bella und Edward auf jeden Fall sicher fühlen. Und da sind auch keine Vampire, keine Bösen und auch keine blutrünstigen Werdwölfe. Jetzt habe ich mich gerade verschwunden. Nee, sogar Herzchen. Guck mal, voll süß. Sag mal, was ist das eigentlich? Was ist das? Was das ist? Das ist die luxuriöse Twilight Suite im Habbo Hotel. Und genau diese hier könnt ihr zu Hause gewinnen. Und dazu auch noch ein Twilight-Paket, wenn ihr uns folgende Frage beantwortet. Wie heißt denn diese mächtige Vampir-Organisation im zweiten Twilight-Film? Schreibt uns doch einfach eine Mail an mypokito.de mit dem Alter, dem Namen und der Adresse. Und ganz wichtig, diesmal euren Habbo-Namen noch mit angeben, denn ihr könnt ja die Suite gewinnen. Die Teilnahmebedingungen, die stehen auf der Teletext-Seite 291 und natürlich auf mypokito.de. Wunderbar. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt mal auch rüber zum anderen Computer und gehe da doch auch mal mit meinem wunderbaren Avatar in ein MyPokito-Studio. Haben wir nämlich auch. So, da gehe ich jetzt auch mal rein. Und da sind auch schon ganz viele Leute. Ui, da geht ja einiges ab. Und ich frage jetzt einfach mal hier. Wie findest du denn eigentlich so dieses Habbo Hotel? Hast du dich jetzt auch so ein bisschen damit beschäftigt? Ja, ein bisschen schon. Aber genau wissen, was es eigentlich ist, tue ich nicht. Habe ich mir schon gedacht. Ich wollte es nur erklären, weil für alle, die es auch nicht wissen, Habbo ist sozusagen eine Community wie zum Beispiel Facebook oder StudiVZ oder Lokalisten. Nur da ist es so, hier habt ihr eben ein Avatar, also eine virtuelle Person, die ihr ganz lustig ankleiden könnt und mit der dann durch die Computerwelt herumlaufen könnt. Und ich zum Beispiel habe mir heute ein Haustier gekauft mit meinem Habbo. Der steht hier oben und tanzt. Und mein Haustier ist ein Krokodil. Ein Krokodil und heißt Alf. Und ja, ich frage einfach mal hier rein. Ich habe ja einen Hund, der heißt Lumpi. So wie ich eigentlich auch mit Spitznamen heiße. Wow, okay. Aber den kann ich jetzt, glaube ich, hier gar nicht mit dazu packen. Also wir haben hier ganz viele Leute zu Gast in unserem MyPokito-Studio, was ich sehr schön finde. Ich tanze übrigens, Hep-Hop, falls du es wissen möchtest. Ja, ich tanze hier. Und ich frage mal hier, was habt ihr denn für Tiere? Weil mal gucken, was die anderen so hier für Tiere haben, unsere Gäste hier im Studio. Du hast jetzt gerade gefragt, okay. Was habt ihr denn für Tiere? Habe ich gefragt. Hier, ähm. Da wurde gefragt, bin ich jetzt im Fernsehen? Bin ich jetzt im Fernsehen? MyBabamon fragt das. Ja, du bist im Fernsehen. Und hier haben wir, ich habe einen Hund namens Dogmeat. Dogmeat. Hund, Katze, Kroko, gibt es alles hier. Wow, okay. Ja, dann würde ich sagen, wir fragen doch noch zum Abschluss, was sie denn so an Weihnachten machen, was man hier innen vom Studio machen kann. Genau, fragst du mal, dann würde ich schnell tippen. Du guckst mal, was bei uns im Studio da geht. Dann gehe ich einfach mal so ein bisschen rum. Hier ist zum Beispiel da hinten rechts, seht ihr ganz die Regie und da ist die Kamera. Da sollten eigentlich wir jetzt davor stehen. Okay, also ihr seht, hier kann man richtig viel machen. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, einfach auf hubbo.de. Wir sehen uns gleich wieder zu unserem Date im Web. Weiter geht's mit Twilight und einer Weihnachtsgeschichte. Wir freuen uns auf euch. Viel Spaß, Herr Hanty. Bis gleich. Ciao, ciao. Und hier ab im Kamerortun. Bis bald. Bis bald.